Ich hab ein Steil, hier ist ein Holzschwert. Okay, da ist einer. Ich hüpfe zu dir, ich hüpfe zu dir. Oh nein, da ist einer. Schnell, schnell, schnell. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Ja, komm, komm mal herunter. Na, meine lustigen Zuschauer und herzlich willkommen mit einem kleinen Video. Es geht dabei ist der Arctic Comment. Hallo. Und im Skype ist noch der Check-Off. Hallo. Der jetzt nicht sagen will. Hallo. Ne, ich glaube, das ist weg. Wir haben das Beste in Teams, äh, in Skype erlebt, aber das können wir nicht erzählen, weil das einfach fies wäre. Ja. Ach. Alter, ich hab nichts bekommen. Ich hab so lange kein, äh, Digger mehr gespielt. Ich glaube, ich nehm auch nicht. Komm, ich weiß, dass du einen Blumentopf. Ja, ich bin, ich bin Leune. Hallo. Hallo. Achso, ich hab, kennst du die Map? Äh, nö. Ich hab die noch nicht drauf gespielt. Ich hab die noch nie drauf gespielt. Ich hab die noch nicht drauf gespielt. Ich hab die noch nicht drauf gespielt. Ich hab die noch nicht drauf gespielt. Ich hab überhaupt noch nie auf einem Blumentopf. Das war mein erster Mal hier. Das war mein erster Mal hier. Das war mein erstes Mal. In dem Land der Fun. Ah ja, mein Shader ist aus. Warte eben. Für die Aufnahme mach ich mal. Ja, doch, 11. Wo bist du? Ich bin wieder runtergegangen. Äh, okay, bleiben bei dir. Guck mal, ob's jetzt hier irgendwo noch hoch geht. Ja, hier geht's hoch, zum Beispiel. Guck mal. Ich hab einen Namen irgendwo gesehen, links, ne? Ja, ich weiß, hier sind überall Namen. Oh. Oh. Scheiße, wo bin ich hin? Da frage ich mich auch, wo bist du hin? Keine Ahnung. Oh nein, ich bin unten. Soll ich weiter hier oben lang gehen? Ja, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Hier unten ist einer. Okay. Wo sind wir hier? Der geht auf mich, der geht auf mich, der geht auf mich, glaube. Ich bin jetzt auch da, wo du warst. Hast du ein Schwert? Alter, hier ist, hier klopfen sich drei Leute, ich muss hier weg. Scheiße. Scheiße. Bist du hier? Ja, da bist du. Wow. Sneak. Ist da drüben eine Kiste oder so? Nö. Oder? Nö. Nö, hier ist nix. Hast du Essen? Ein Fisch, hier. Ich glaube, wir verkacken die Runde gerade richtig, oder? Oh, fuck, man runtergefallen. Noch ist nix verloren. Komm mal runter, komm mal runter, hier geht's dann. Wo denn? Keine Ahnung, komm mal runter. Bin ich. Oh, hier ist gerade jemand gestorben, ich habe voll viele Sachen. Ich habe Eisenbrust, Panzer, Eisenhose, Steinschwert. Geil. Nimm mit, nimm mit, nimm mit. Das war geplant, ich habe Skill. Skill auf du mal da. Wo bist du? Das ist nichts, ich bin hier draußen irgendwo. Ich bin hier in diesem, in diesem, in diesem Becher. Ich bin bei dir. Alles gibt das eine Tour, das ist eine Tour, ne? Ja, da war ich schon drin. Äh, okay, da, warte, hier oben ist auch eine Tour. Äh, warte, hier nimm mal Sachen. Ähm. Hier ist ein Holzsperr, okay, da ist einer. Ich hüpfe zu dir, ich hüpfe zu dir. Oh nein, da ist einer. Schnell, 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 komm zu mir, komm zu mir. Ja, komm, komm mal herunter. Ah, der haut ab. Hier, nimm erstmal Essen und so. Stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp. Nein. Was ist, wenn er jetzt da runter springt? Keine Ahnung, werfen wir erst mal erst den runter. Okay. Hier. Kommt der jetzt hier hoch, oder was? Äh, guck mal, der wird von hinten geflankt. Der ist tot. Wie ich einfach hier gerade Tiefall drin hab, obwohl ich eigentlich Sechs drin hab. Hier ist einer mit Meisenschwert. Hä, wieso hab ich Tiefall drin? Komm runter, komm runter, komm runter, komm runter, hier ist einer mit Meisenschwert, bitte. Vor einer Sekunde hatte ich noch die, äh, Sechs. Komm runter, hier ist einer mit Meisenschwert. Wo bist du? Ah da, 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 da. Bin bei dir. Äh, alles gut. Hier, nimm erstmal unsere Hose und so. Hose und Helm. Essen? Irgendjemandes im Anruf. Ja. Essen habe ich, äh, hier. Aber das müssen wir grafen. Ah, hier. Ich muss irgendwie generieren. Naja. Mach einfach. Da kommt die, da kommt die. Ah ja, hilflich. ich habe nur null Skills auf meinem neuen PC er hat auch nur Leben, er hat auch Low 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 Alter der hat dabei Hex, oder? Hat er auch, das tut Egal, hab ihn, äh gut, du hast... Alter der hat drei Dias, was? Äh, Junge, kannst du ganz kurz gucken, wenn man kommt, ich muss mein Text in den Paket wechseln Ja, aber warte, lass uns in die Ecke gehen oder so Ja gut Die Runde ist dann doch noch ganz okay geworden, okay, ich mach schnell, äh, hier äh, Repo, Surre Specs Hä, wie soll das Hex rausgetan worden? Komm bitte schnell, fünf Normalerweise dauert das so vier Sekunden Eine Aufnahme natürlich, einmal richtig lang Hast du ein Sticky? Äh, ja, ich glaub schon, ich weiß aber nicht Ja, okay, bin ja da Hast du Sticky-Ducke? Ähm, ne, hab ich nicht, ich hab ein paar Eisen Falls du Eisen willst, dann hab ich das Kommst du? Ja, warte kurz, ich ordne noch kurz mein Inventar Ja Ja Okay, dann losgehen, wenn du Sticky oder so hast, dann sag ich Bescheid, okay Ich geh hier hinten, dann, siehst du mich? Ja, warte, ich will doch noch kurz in die Kiste gehen Okay Alle Gäste durchgucken wegen Sticky's Ja, hab ich schon hier, hier ist ein Weg, ich bin hier irgendwie In drei Truhen, vielleicht sind die noch nicht gelootet Ja, das ist die Mitte, aber egal Echt jetzt? Ja, ist die Mitte Ich dachte, dass da hinten, wo wir eben ein Bergbank-Dings da gefunden haben Das ist die Mitte der Map, aber nein, ich hab drei Hab getroffen Hast du Bogen und so? Ähm, ah Hast du Bogen? Ja, ne? Äh, ne Okay Warte, nimm du mal die, obwohl, ne Ich hab nämlich euch Pfeiler, also wegen den Ah Da haben wir drei Dias Drei Dias haben wir Ja Äh, hier sind nochmal Sachen Warte mal, ich kann mir irgendwas aus, oh, ich kann mir, ich mach mir jetzt einen Eisenbrustpanzer Du-du-du-du-du Alter, Junge, was machst du? Hast du mit Eiern, okay Check Das ist ein Typ, das ist die Mitte, ich geh schon drauf Er war schon weg, er ist Posi hofft Oh, Bouchio Sie hofft Er hat da nicht man schwer, glaube ich, ja, hat er wirklich nicht Bei der Sonne und trotzdem immer noch Er musste auch gerne, hat er geführt Oh, Leute, das meint Boa, Kilssega Astor Boa, wo ich hab' keine Schuhe, hast du Schuhe, nämlich Ja, hier allerdings was du Sticky ich habe die Erbungen okay es ist er hatte keine Strecke der Tiefenstücke netten das eine das eine das eine Projekte Marc guckte die Mauer endlich geht ich hab's nämlich nicht wir sind die letzten oder er sind wir scheiße ich er hat für mich nicht hin jetzt ich getroffen ich habe keinen Wogen oder habe ich ach so das ist übrigens mein erstes Video wahrscheinlich wenn ich ein Kanal haben werde ob ich sie überhaupt hochladen werde ist auch noch eine Entscheidung wie ich noch treffen muss aber du 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 machen wir dann noch hinten eine Runde ran weil die Runde war eigentlich recht kurz oder weiß ich nicht ob ich noch Zeit habe aber ja wenn ja dann wir haben jetzt erst mal also ich habe 16 Minuten 20 eingestellt und waren jetzt bei sind jetzt bei 8 Minuten noch was dann machen wir noch eine ich habe da nämlich so ein Timer dafür muss ich das sehen das ist wirklich geil digital oder analog das möchte ich jetzt wissen sofort go ja ne ja du wirst gewinnen ich habe meinen neuen PC hier alter oh nein oh nein oh nein du hast auch zu lang gebaut oder ja bei mir hat es voll geleckt irgendwie also bei mir hat es immer so komisch geruckelt außerdem habe ich mir noch auch ich dachte schon bin ich das jetzt oder ist das der Server so richtig krass geleckt ne mhm ja genau weil wenn wir auslaufen Leute wir sehen uns nach dem ClimbCut wieder wenn wir in der nächsten Runde sind bis gleich so dass er jetzt auch schon wieder Prozent in der nächsten Runde würden dann von der Art und an von dem ich an oder auch alle hallo er kommt zurück zu der nächsten und ähm ja wir wollen jetzt hier noch ein bisschen was ansprechen nämlich mit dem Server warum jetzt zurzeit online sind äh offline ist und dann würde ich sagen hau mal raus äh ja gut ähm wir machen grad ein mega update achso shotbow.de übrigens genau und äh wie vielleicht manche wissen ist der mega mäßig am abkacken gewesen beziehungsweise alle paar Stunden ist der mal dort schon gewesen und dann äh ja musste einer der ohne dem wieder hochfahren aber ähm bungee cord ja genau bungee cord und auch der eigentliche Server da waren einfach viel zu viele Plugins drauf und bla 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 ähm also haben wir jetzt uns dazu entschieden dass wir einen sky pvp Server machen und einen wirklich geilen Städte CityBild Server jetzt kein Plotme mehr keine einzelnen Grundstücke die gratis sind sondern wirklich wenn ihr lange spart und spielt dann könnt ihr euch auch eine Stadt kaufen und ja also da wird dann auch dann das neue Projekt kommen also Minecraft Tauni in der Art also ich weiß ja nicht ob es Tauni sein wird oder Siddler oder Siddler irgendwie sowas ja mal sehen also wir hatten ja so ähm so ne Mischung so so Minecraft Siddler und so und Minecraft Siddler war ja dann Siddler und so und Minecraft Siddler war ja dann Siddler und ja Siddler und ja da war dann Siddler Siddler ähm lass rein lass reingehen die meisten gehen raus und gehen dann gar nicht mehr rein bitte also du musst Runden durchschwimmen und Träne sind dann auch noch Kisten ach so ja genau ich spiele hier kaum Teveran um mich zu sein oh Leute wir nehmen das hier ganz um 22 Uhr 14 Uhr weiter boh und ich habe morgen wieder schuld scheiße und ich habe eben bemerkt dass ich einen Vokabeltest morgen schreibe nicht schön war ich bei dir voll ja also das ist hier bin ja Hi Hallo Jack off ja wahrscheinlich hätte dieser Runde plötzlich 20 Leute hier unten in der Mitte oh Gott ich hab Steinswörter 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 aber auch ein Steinswörter wo bist du raus ich bin ich bin draußen wo bist du ich bin auf der ja da ich dachte schon ich wollte schon sagen der Ty- der targetet mich einer schon ey lass den hier töten ja warte diesen Panda oh mein Gott it's Evo lass die Kellen ok diese Pixelpanda und Evo ich geh rum ich geh da rum Schiemen na wir auch aha hab einen alter glaube ich lege hast du oder ja knapp guck mal im Tappen ein Internet an hab mal Kacke oh Junge ähm mega gut oder ich sehe na das hälfte alter ich höre ich höre ich steh auf 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 einer Stelle oder hey lol ich kann ihn nicht schlagen Carthe so der war auch viel weiter vorne Links da rechts Prozent den Höhlen auch meine Leute mein Internet ist schon wieder scheiße da ist das noch einer um mit einem 1.80 den hol ich mir das was dort 1.80 ab einem Alter okay hab zwei bin aber richtig low also renne ich hier mal den Berg hoch ähm wo bist du? ja für Spaß äh ich bin hier eben da wo dieser Sitz ist mit dem Wasser kennst du auch oder? ja ich komme ja gehen wir hier nur kurz hinten die Kiste holen ja einige Sachen drinnen die wir nicht gebrauchen können brauchst du ein Schwert oder so oder? ich brauch Schuhe und Helm Schuhe und Helm hab ich Harnisch auch? gut ne hab ich alles ja hinter dir ah da hallo du 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 ähm Schuhe ähm Schuhe hab ich nicht ich hab nur Helm gehabt ach so und Harnisch dann halt ähm ja also Leute wir also wir haben oder wir haben heute auch schon angefangen den äh Server zu bauen so dass wir fast äh so dass wir fertig werden und wir sind auch fast fertig geworden ähm ja ich denke mal der ultimativen Release von der Citywelt und wieder äh das Ende der Wartungsarbeiten wird äh so in eine bis anderthalb Wochen sein oder? vielleicht auch früher keine Ahnung uns fällt uns fallen bestanden auch irgendwelche Sachen an die wir noch machen müssen ähm geh mach äh ich hab die selber grad an äh äh harte ach warte 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 ich dachte alter brauchst du was? ne ne doch den Helm ich hab grad Pilze weg aber bring uns nicht der sieht schön aus naja vielleicht naja ich weiß nicht ob das auch noch was wird mit dieser Runde hier ja also bisher ist ganz gut ja irgendwo war hier doch noch eine Kiste die war im anderen Haus oder? du 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 ja also ich geh auch gleich pennen wahrscheinlich also ich werd das jetzt schnell fertig schneiden und dann lade ich das noch hoch und das seht ihr dann so um 23 Uhr denke ich mal so die Zeit ist das dann bei mir wär das so in 10 Minuten na gut dein Internet pst aber so also ich lad ja meine Videos auch in 20 Minuten hoch ne ja ja ich hab nämlich so ein so ein Programm dafür dass man das da schneller hochladen kann echt welches? musst du mir gleich mal schicken das heißt universal äh nein warte mal wie heißt das ähm schick mir einfach gleich ja falls ihr das auch haben wollt ich äh such ich mal raus die neueste Version von dem Programm und ich mach mal den Timer kurz aus ähm da ist das dann unten in der Beschreibung wie schon gesagt na drinnen wie schon gesagt wie gesagt vielen Dank für die Blumen vielen Dank Willi von dir Pixelpfad na dankeschön bitte kann ich nicht viel zu tun bauen oh nein ich hab diese ja toll ich hab jetzt die Schüssel weggeworfen ich bin so ein Trottel nicht zu vergessen ist wir machen wir nehmen ja auch ein paar Elemente aus der alten Lobby ne ah ja genau also die Lobby wird nicht komplett verschwunden sein und wir werden die erste Lobby oh scheiße vielleicht in einer PvP Arena oh Gott ist ja gut oh Gott ist ja gut schon mit dem Ding oh Gott oh Gott alter 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 ich bin im Miesgeburt ja ok danke 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 halbes Herz wuhu alter ist ein Errohr Gott er Hilfe 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 ich hab auch nicht ich bin tot Mann diese Huren Söhne ey die ganze Zeit Rage nein hab ich ihn auch holt hä hab ich ihn auch holt ne 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 der steht hier ähm ja Leute ich lasse es jetzt einfach ne der ist auch gestorben der ist auch gestorben der ist auch gestorben oder? nein er ist er hat äh er bist du auch auch gestorben warum hat der denn keine Sachen mehr na weil die doch dann weg sind ich glaub ich hätte ihn auch die werden automatisch rausgespunnt echt also Leute dann an dieser Stelle hier echt 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 dann an dieser Stelle hier komm her aktiv komm her komm her komm her komm her an dieser Stelle hau darin bis zum nächsten Mal und tschö hau darin tschö mit ö nicht so wie komme tschau